Im letzten Video ging es um das Supervised Learning. Jetzt schauen wir uns das zweite Lernparadigma an, das Unsupervised Learning. Und bevor wir loslegen, würde ich dir gerne Intuition dafür mitgeben. Stell dir mal vor, du würdest ein Puzzle lösen. Du machst die Kiste auf, alle Teile auf den Tisch, verteilst dir ein bisschen. Wie fängst du an? Ich würde wetten, du fängst an, die ähnlichen Teile zueinander zu legen. Blaue Teile zusammen, das ist ein Himmel, grüne Teile zusammen, das ist eine Pflanze oder vielleicht auch die Randteile mal auf die Seite. Und diese Intuition, die du hast, die trifft es exakt, was Unsupervised Learning macht. Das nennen wir nämlich Clustering. Du clusterst ähnliche Teile zusammen. Da komme ich später zu. Der Witz ist ja nämlich, dass die Teile ja im Prinzip ungelabelt sind. Auf den Teilen, auf den Puzzleteilen steht nicht drauf, wo sie hingehören. Du hast kein Label. Und das ist auch genau die Krux am Unsupervised Learning. Du hast keinen Supervisor, du hast keinen Lehrer, der dir sagt, wie die Daten aussehen. Und das führt uns auch nämlich zum Ziel von Unsupervised Learning. Du sollst nämlich Muster oder Gruppenstrukturen in den Daten erkennen. Man könnte auch sagen, du willst die Korrelation offenbaren zwischen den Datenpunkten. Und dadurch kannst du auch verborgene Informationen auch herausarbeiten. Es wirkt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber lass uns das doch mal ein Beispiel machen. Wir hatten gerade eben das Beispiel der Obstbilder im Supervised Learning angesprochen. Jetzt machen wir folgendes, jetzt werfen wir einfach mal die ganzen Labels über Bord und wir halten nur noch die Bilder von den Früchten. Und was wir jetzt tun, wir lassen einfach mal ein Unsupervised Learning Algorithmus diese Teile sortieren. Und wenn das erfolgreich war, dann hättest du entsprechend Bilder von Bananen zusammen, Bilder von Erdbeeren zusammen, Bilder von Melonen zusammen. Einfach weil das Verfahren gelernt hat, Ähnlichkeiten zu erkennen und die dann miteinander in eine Gruppe zu packen. Auch hier, wir haben keine Labels. Das System weiß nicht, dass das Bananen sind, dass das Melonen sind. Es sagt einfach Kategorie 1, 2 und 3. Aber wir Menschen, wir wissen das genau und können da entsprechend die Muster heraus ablesen. Also nochmal ganz konkret, was ist der Unterschied zum Supervised Learning? Die Trainingsdaten müssen nicht gelabelt sein. Die sind unlabeled, sagt man auch. Ziel ist es jetzt, aus den Daten Muster bzw. Korrelation selber herauszufinden und die Anzahl der Klassen ist völlig unbekannt. Denkt dran, genau das Gegenteil ist der Fall beim Supervised Learning. Da sind die Klassen sehr wohl bekannt. Und generell muss man auch sagen, die Ziele sind auch beim Supervised Learning und Unsupervised Learning komplett verschieden. Beim Supervised Learning, da haben wir Klassifizierung oder Regressionsmodelle, das heißt Modelle, die etwas vorhersagen. Während beim Unsupervised Learning haben wir das eben genau nicht. Wir wollen einfach nur die Struktur und die Muster in den Daten erkennen.